Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es gibt Probleme an den Bahngleisen. Der Sturm hat Kaylee Angst gemacht und sie ist auf dem Zug gelaufen. Wir müssen sie für Katie finden. Wir brauchen ein Notfallrettungsteam mit einem Polizei- und einem Feuerwehrfeldfreund. Marshall und Chase, wir brauchen euch zwei. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Und so hilfst du. Das ist ein klarer Fall für Chase. Drücke Chase Abzeichen für seine Hilfe. Chase meldet sich zum Einsatz. Weiter so, Chase. Das ist ein klarer Fall für Chase. Drücke Chase Abzeichen für seine Hilfe. Ich bin dabei, Marshall. Danke, Chase. Das ist ein klarer Fall für Chase. Drücke Chase Abzeichen für seine Hilfe. Chase meldet sich zum Einsatz. Danke, Chase. Fantastisch. Ups, Entschuldigung. Alles klar. Juhu. Ups, nichts passiert. Alles klar. Ich hab's. Ups, ich hab's. Ups, ich hab's. Fantastisch. Juhu. Alles klar. Das. Juhu. Ich hab's. Ups, nichts passiert. Ich hab's. Ups, nichts passiert. Es geht. Ich hab's. Ja, kommen, Kaylee. Kaylee hat Angst bekommen, als der Zug angehalten hat und ist weggelaufen. Meine Nase täuscht mich nie. Ich sage dir, wo ich ihr Versteck rieche und du drückst auf diesen Ort. Ich rieche Kayleys Versteck hinter diesem Baum mit fünf roten Äpfeln. Drücke gut gezählt. Ich rieche Kayleys Versteck hinter diesem Baum mit sieben grünen Äpfeln. Ja, das ist es. Ich rieche Kayleys Versteck hinter diesem Baum mit vier grünen Äpfeln und vier roten Äpfeln. Gut gezählt. Wir haben Kaylee gefunden. Gut gemacht. Paw Patrol, der Einsatz läuft. Toller Job. Wir haben die Gleise geräumt, also kann der Zug zurück nach Adventure Bay fahren. Sieh nur, wie viele Leckerli du gesammelt hast. Super. Du hast den Silberknochen verdient. Und sieh dir die ganzen Abzeichen an, die du verdient hast. Drücke nochmal spielen, um erneut an diesem Ort zu helfen. Oder drücke Zentrale, um einen anderen Ort zu wählen. Und e tu nicht, dieses Teil Es pasó. 恐 ל Es läuft aus. Bis zum nächsten Mal.